Ich war seinerzeit ein begeisterter Pfadfinder. Da hat der Schweizerische Pfadfinderbund ein Bundeslager organisiert. Eine hohe Pfadfindergeneralin hat mir geschrieben, ich soll doch das offizielle Bundeslagerlied schreiben. Für die, die es nicht wissen, ein Bundeslager ist etwas sehr Schönes und sehr Individuelles. Da kann man zu 40'000 Höhe zelteln. Das ist wahr, ich war zwei solcher. Ich schickte mir ein Lied. Die Pfadfinderin schickte mir das Lied wieder zurück und sagte, so ging es natürlich nicht. So sei es nicht gemeint. Ich durfte das Lied nie singen. Das heisst, ich darf es heute hier singen. Die Pfadfinderin, das ist die schönste Zeit vom Leben. Darum, was er recht, der Junge ist dritt wie Pfadi ein. Und kommt der rechte Mann daher, der ist der Eben. Kannst sicher sein, als Junge mal eh der Pfadi war. Darum sage ich eins, es gibt nur eins, das sind die Pfadfinder. Oh, ging die schöne Zeit doch nicht so schnell vorbei. Darum sagen wir etwas später unseren eigenen Kindern. Willst du etwas werden? Der Junge tritt in die Pfade ein. Es kommt nicht darauf an, ob Mützer oder Professoren. Man sieht den Pfader, jeden Mann, es ist einerlei. Zum Beispiel der, der hat das linke Ohr verloren. Denk bei einem glatten Spiel. Denk bei der Pfaderei. Darum sage ich eins, es gibt nur eins, das sind die Pfadfinder. Oh, ging die schöne Zeit doch nicht so schnell vorbei. Darum sagen wir etwas später unseren eigenen Kindern. Willst du etwas haben für das Leben, tritt in die Pfade ein. Gehst du über Land und denkst, spät du sie geh das gekutzt. Wie sieht das schöne Feld jetzt plötzlich heute auch drei. Das hat der Bauer, das ist nicht vom Sturm. Da hei sie geschootet. Und selbstverständlich, es war ein Pfadibuben. Darum sage ich eins, es gibt nur eins, das sind die Pfadfinder. Oh, ging die schöne Zeit doch nicht so schnell vorbei. Darum sagen wir etwas später unseren eigenen Kindern. Willst du die Natur, mein Junge, dann tritt in die Pfade ein. Wie hätte man uns doch geräumt, denn wo der Wald brunnen. Der Brand sei gelöscht worden, dank der Pfaderei. Wir waren so stolz, dass wir uns fast nicht mehr besonnen haben. Dass wir ja vorher in diesem Wald ein bisschen gefeuert haben. Darum sage ich eins, es gibt nur eins, das sind die Pfadfinder. Oh, ging die schöne Zeit doch nicht so schnell vorbei. Darum sagen wir etwas später unseren eigenen Kindern. Willst du nützlich werden, Bub, dann tritt ich die Pfade ein. Weisst du noch, der Peuli, das war der Mutigste von allen. Der hat eine Seilbrücke gebaut und ist frech drüber ein. Heute stehen wir vor seinem Grab, denn er ist runtergefallen. Da ruht der Peuli, er war bei der Pfade. Und er war bei der Pfade ein. Darum sage ich eins, es gibt nur eins, das sind die Pfadfinder. So geht die schöne Zeit buchstäblich schnell vorbei. Darum sagen wir etwas später unseren eigenen Kindern. Es muss jeden sterben, Bub, darum tritt die Pfade ein. Und er war bei der 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 Pfade ein.